Ich koste weniger als ein Apfel. Wie kann das denn sein? Wissen die denn nicht, was ich alles machen muss, bis ich in ihren Beuchen lande? Dabei isst jeder etwa 100 Bananen im Jahr und ich wachs am anderen Ende der Welt. Sie lieben mich in ihrem Frühstück, aber von meinem wahren wird, wollen sie nichts wissen. Dabei bin ich doch genauso exotisch wie Mango und Ananas und bin aus dem Supermarkt, ja dem ganzen Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Ich bin wohl zur Gewohnheit geworden. Ich wünsch mir einfach mehr Aufmerksamkeit, mehr Achtung, dass ich die Leute mehr Gedanken machen, was alles in mir steckt. Hm, vielleicht muss ich mir selbst mal überlegen, was mir so eine Banane wert ist. Ich werde mich mal im Supermarkt erkundigen, wo die Bananen herkommen und wie sie überhaupt produziert werden. Zeig der Banane, dass du sie liebst. Hashtag Bananelove. 7 war nicht so. So, geht er. And Carlos don audio. Ich habe jeder Mama dre Squad. Ich habe jetzt, dass ich es noch was. Untertitelung des ZDF, 2020